Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Pflegeprodukte, die man sich als Marke darauf verlassen, kaufen Sie am besten bei Coop. Denn dort kommen Sie internationale, erfolgreiche Markenprodukte über zu Coop-Prisen natürlich. Für die individuelle Nassrasur gibt es den extra cremigen Palmolive Rasierschaum oder die Palmolive Rasiercreme zum Auftragen mit dem Pinsel. Besonders sanft rasiert man sich mit der Rasierklinge von Gillette. Coop führt drei verschiedene Angebote und dazu natürlich den Rasierschaum von Gillette. Denim, die vielseitige Pflegelinie, gibt es als Aftershave und Odecolon, als Dusch und Shampoo und als Deo Rollon. Zu einer pflegten Erscheinung gehört auch ein pflegtes Haar. Aktivshampoo normal oder herbal wirkt garantiert gegen Schuppen. Für gesunde Kopfhaut und Haar sorgt das FS-Haarwasserkonzentrat aus Brennnesseln und Krütern. Und mit ein bisschen Brillcreme im feuchten Haar sitzt die Frisur wie gewünscht. Das wäre es für heute, achtet Sie noch auf die Aktionen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Sechs Rollen Toilettenpapier Hakele, Dreilagig gibt es für 3,90 €. Plastikartikel für die Küche und den Haushalt gibt es bei GOP besonders günstig. Zum Beispiel den Eimer für 3 Franken und den Waschekorb für 7 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP sechs verschiedene Sorten Aufschnitt per 100 Gramm nur 1,15 €. Goldstein, Rahmglasikorne, Vanille, Erdbeer oder Haselnuss statt 1,10 € nur 80 €. Zwei Becher Tamtamflon, Chocolat, Vanille oder Karamelle statt 1 Franken nur 75 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag? Ein Zitronencake statt 2,70 € nur 2,10 €. Ein Tirolercake statt 3,70 € nur 2,70 €. Nektarine per Kilo nur 2,20 €. Auf Wiedersehen!